Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Padel, Let's Play ReCore, ich bin es heute im Smartphone X. Wir verlassen in das Verlies und ich habe jetzt auch genug von dem Dungeon, nachdem uns beim letzten Mal ein Bossfightier erwartet hat, den wir ohne irgendeinen findlichen Grund irgendwie nicht exzellen konnten, weil das Seil einfach nicht gescheit geworden ist. Haben wir diesen Fight nun geschafft und nun befinden wir uns wieder im Flugsand. Okay, da hätte ich mir zwar Spektakulärs gewünscht, mal wieder eine neue Region wäre schön gewesen. Aber nun gut, zumindest beim letzten Mal haben wir einen kleinen Pitroid hier repariert. Wir haben Seth jetzt hier gepimpt und der gute Seth kann jetzt fliegen, was ziemlich cool ist. Es ist auch praktisch, man, dass wir das bei Seth reingetan haben, weil wir Seth und Duncan haben jetzt wahrscheinlich immer bis zum Ende des Spiels, denke ich mal, eine Party, weil, na, danken, äh, Mac brauche auch, weil Mac natürlich super cool ist, werden wir den immer brauchen. Mit diesem können wir uns jetzt in neue Höhen schwingen, hoffe ich jetzt einfach mal und mit etwas Glück schaffen wir es ja auch hier zum Turm hier, den wir im Hintergrund sehen, den New Eden Turm, glaube ich, hieß er, wo sich ja auch Viktor befindet, den wir ja auch irgendwie stoppen müssen. Jetzt sind wir aber erstmal wieder im Flugsand und ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher, wo wir jetzt langen müssen. Ich denke mal, beim letzten Mal haben wir so eine, äh, beim vorletzten Mal, na, schon eine Weile her, da habe ich mir ja umgeschaut und da haben wir da hinten ganz rechts auf der Karte so eine lange Brücke gesehen, bei der wir nicht hinkonnten. Vielleicht können wir da jetzt hier mit unseren neuen Flugfähigkeiten irgendwie hin. So, oder wir sind komplett woanders. Müssen wir gleich mal schauen. Hinter dem Dungeon sind wir, okay. Noch eine Bahn. Hoffentlich beobachtet Viktor uns jetzt nicht. Der Edenturm war das Herzstück des gesamten Terraformes. Der Sandteufel. Als es deine Mutter traf, hatte sie keine Angst vorm Tod. Sie hatte nur Angst, dich zu verlassen. Ich wollte sie beruhigen. Ich sagte ihr, um dich würde sich immer jemand kümmern, selbst wenn mir etwas passieren würde. Und dieser jemand war Mac, der Hund, den du immer wolltest. Nur ohne Fell wegen meiner Allergie. Deine Mutter. Ihre Sorge hat meine Kernforschung vorangetrieben. Bei manchen Sachen reicht der eigene Ehrgeiz nicht aus. Man braucht eine größere Triebkraft. Und jetzt kommt ein neuer Anstoß. Heute kam die Nachricht von einem Sandteufelausbruch. Der erste seit mehr als zehn Jahren. Ich werde womöglich für eine Weile keine Nachrichten mehr senden, Jules. Es kommen unruhige Zeiten auf uns zu. Drück Mac ganz fest von mir. Und damit haben wir es jetzt nun endlich in den Identurm geschafft. Ein langer Weg war es hin und einige Opfer mussten wir hier beklagen. Aber irgendwie haben wir es hierher geschafft. Und nun ist unser Ziel natürlich klar, Victor zu finden und zu besiegen. Und dafür heißt es nun rein in das Herz des... Victor, ich werde diesen Turm reaktivieren und Neu Eden in die Heimat verwandeln, die uns allen versprochen wurde. Hör zu! Victor hat euch getäuscht! Wenn die anderen Schiffe kommen, wird er bestraft! Es gibt keine Schiffe. Das ist gelogen. Es gibt dutzende Schiffe im Orbit. Mein Vater hat mir... Es gibt keine Schiffe. Ich habe sie schon lange zerstört. Es gibt keine Menschen mehr. Ich bin der letzte. Nein. Das... Das ist nicht wahr. Es gibt noch einen und wir... Kai. Dann fahr' ich's fort. Du bist allein. Und Neu Eden. Hör' jetzt nie. Vergebt mir, ihr briswagische Herde. Jules, ich wusste, wenn das jemand hinkriegt, dann bist das sicher du. Und wir holen uns Neu Eden zurück. So, und damit beginnt der Kampf gegen Victors Robotermee. Ja, okay. Feuer, super. Danke. Leg bitte los, Mann. Ähm, die ein wenig kleiner ist, als ich jetzt erwarte. Aber okay, er stellt sich uns ganz alleine, was ich ziemlich nett von ihm finde. Okay. Ähm, er hat natürlich erstmal alle Kräfte hier drauf, was ich natürlich schon mal geil finde. Und wir sind, ich glaube, ihm haben wir doch ein ganz klein bisschen unterliegen. So, was macht er? So, äh, gelb. 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 Da hol' ich doch lieber meinen gelben Kollegen, oder? So, Leute, ist das der Boss-Falte-Spiel? Das wär' man nur interessant so ein bisschen, aber mei. Okay. Ähm. Was macht er da? Ja! Alter Falter. Ich habe keine Ahnung, was passiert, Mann. Ich weiß es nicht. Alter, was ist denn hier los? Okay, und es wurde unsere Farb an sich gestohlen. Das heißt, ich sehe jetzt nicht mal, was die Gegner für Schwächen haben. Das ist die Sache natürlich nochmal um einiges leichter. Aber definitiv, das ist definitiv härter als alles, was wir bis jetzt sofort, Mann. Und dazu heilt er sie eh, oder so, wie ich das sehe. Okay, geil, die Gegner haben nicht mal mehr einen Lebensverhalten. Sind einfach so imber. So. Ja. Leute, wir haben... Okay, der ist schon mal blau. Das ist schon mal gut zu wissen. So, komm, saf, 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 saf. Okay, ich kann den nicht exilieren, Mann, wenn ich nicht sehe, wie das Seil ist, Mann. Das geht nicht, Mann. So. Einer von denen ist besiegt, Mann. Oder? Okay, der ist besiegt, okay. Gut, 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 gut. Jetzt ist er erstmal wieder gelb. Ähm, Viktor Stark, er ist ultra stark. Äh, ich finde es natürlich, äh, alles andere ist nett, dass der mir hier sagt, alle Menschen aus Neu Eden sind einfach tot. Eine Katastrophe ist das, um ehrlich zu sein. Und, das heißt im Endeffekt, wir sind der einzige Mensch, saf, ist auch tot. Ich muss ja sagen, wir haben das jetzt ja fast gedacht. Alter, Mann. Seine Feuerattacke muss doch nicht über die ganze Arena hier gehen, Mann. So, jetzt macht er wieder hier so einen Move, Mann. Ja, okay. Geil. So. Klaude uns wieder die Farben. Jetzt muss ich erstmal schauen. Danke, bitte macht die da. Okay, das ist ein Gelber. Ich hab viel zu wenig Leben, Mann. Was ist denn das schon wieder? Okay. Das ist keiner. Das ist ein Roter, okay. Wenn ich nicht sehe, was das für Farben sind, Mann. Alter Falter, Mann. Ist das geil. So, und das ist ein Blauer. Oder es ist einfach ein Cheater. Komm. Danke, mach ihn einfach allein fertig, Mann. Meine Schüsse laden sie ja mit einer Geschwindigkeit auf. Das ist ja... Und sagt, okay, das ist der Rote. Okay, und jetzt. So. Komm. Genau. Und hinterher, Mann. Jetzt, komm, greift's an, Mann. Jetzt ist eure Chance, Mann. Ah, nein. Nicht der Blau, nicht der Blau. Blau ist am ätzendsten, Mann. Rot ist auch nicht besser. Ja, Rocket von überall, Mann. Kann ich nicht mal extrahieren, Mann. Natürlich nicht. Wieso? Wieso versuche ich's überhaupt? Das war halt zu erwarten, dass das nicht geht. So. Oder? So. Schön im blauen Schuss. Er hat doch fast kein Leben mehr. Und? Ist er besiegt? Victor's Down! Nun! Doch zumindest wird es nicht dir gehören. Die Stürme werden schlimmer. Wir müssen hoch auf den Turm und das Terraforming-System aktivieren. Ansonsten werden die Stürme Neu Eden auseinanderreißen. Heißt es aber, Victor ist besiegt und es greifen vielleicht keine Roboter mehr an? Das fände ich ehrlich gesagt ziemlich nice. So. Jetzt kommt so etwas lustiges Ding. Level 20. Scheiß drauf. Geh da rein, Mann. Da hab ich genügend Kerne und damit, wie sagen, kommst du trotzdem ja nicht rein. Da träumst du davor. Wir gehen halt rein und irgendwann werde ich mal schauen, dass ich noch level. Aber das Wichtigste ist, wir kommen da erstmal rein. Oh, ich glaub, ich hab das Gefühl, wir werden eh in zwei Sekunden sterben, Mann. So wie das hier schon aussieht. Ebene 1. Oh, wie viel gibt's? 99. So. Also, um mal kurz zusammenzufassen. Äh, Victor hat sich die schlimme Nachricht gesagt, was wir uns ja fast schon gedacht haben, was Kai ja auch schon angedeutet hat. Nämlich, dass es keine anderen Menschen mehr gibt. Kai und wir waren im Endeffekt die einzigen Menschen, die hier noch am Leben sind. Ähm, während hier der Victor alle im Universum getötet hat, hat er auch im Endeffekt dann hier Kai getötet. Und somit sind wir allein, allein und sind hier, so wie es aussieht, die letzte Person, die ihm hier... Ja, ich müsste es jetzt verstehen. So. Ja. Sieht da sehr schön aus. Wer weiß, vielleicht sind da einfach so riesige Bälle auf Doom einfach so rumgeflogen. Kann ja passieren, oder? Wie kann das Ebene 1 sein, wenn es da eigentlich so weit runter geht, man? Da hat schon wieder irgendjemand was... Äh... Nein. Da hat irgendwie jemand was nicht so gescheit durchdacht, man. Ich nenn doch nicht... Ich nenn doch sowas nicht Ebene 1, oder? So. Ey, man, ich spiel schon scheiße, man. Was? Der nächste Sprung ist der letzte Her... Oder der jetzige Sprung war schon mein letzter. So. Das ist mies, man. Das macht mich so fertig, dass da die Ebenen sich tauschen. Geht da hin? Okay. Okay. Lustig sieht das aus. Einfach ganz entspannt. Marschieren wir hier durch. So. Blup. Okay. Ging ja eigentlich, man. Mir macht eigentlich, um ehrlich zu sein, viel mehr Angst, dass ich nicht weiß, wie viele Ebenen das sind und ob da noch mehr so fiese Puzzle, die da kommen. Ja, okay. Das ist nicht so geil. Okay. Okay. Boah, man, Leute, man. Jetzt nimmt das Spiel aber hier schon sackisch an Schwierigkeitsgrad zu. Nein, und... Juhu! Der kommt immer viel zu spät, man. Ich drücke immer sofort auf hier, wenn ich irgendwo runterfalle und dann kommt er erst nach einer halben Stunde. Okay, aber das ist nicht so schwer, man. Das war eigentlich nur dumm angestellt, man. So. Okay. Gut. Alter, was ist denn das, man? Wie weit hoch geht der? Er geht ganz hoch, natürlich. So, okay. Wie soll ich an dem vorbeikommen? Ich muss, ich glaube... Ja, zu schwach, zu langsam. Du bist auch zu schwach, zu langsam. So. Ich dachte, ich habe Victor getötet, man. Wieso ist der Typ nicht tot? So. Blöder Victor. Wenn er tot ist, dann soll er auch gefälligst tot sein, man. Ich habe doch gesehen, wie sich hier er so in Einzelteile aufgelöst hat. Und jetzt will er mir sagen, dass er noch am Leben ist? Ein Scheiß, Rick, man. Ja, okay. Jetzt wird es langsam unschön. Okay, jetzt hier kommt der Kampfarene, oder? Da gehen wir down. Da gehen wir down. Da gehen wir down. Da gehen wir down. Bam. Level 20 ist gefordert. Ich glaube, wir sind Level 19. Könnte ein wenig hart werden. Kann es eigentlich sein, dass wir genügend Kerne haben, aber nur nicht genügend Level haben. Das ist doch doof. Vielleicht bekommen wir in der Arena 20 Level dazu, man. Das wäre natürlich geil. So. Aufladen, 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 aufladen. Bam. Sehr gut. Und sofort ein 10. Okay. Ging. Was kommt als nächstes? Das war es ja noch nicht. So, okay. Jetzt sind die schon stärker als mein Waffenlevel. Habe ich zumindest so das Gefühl, wenn die so... Einfach ausschalten, komm. Manage zu danken. Ich glaube nicht. Ach, komm. Immer diese kleinen Drecksdrohne, man. So. Ich stehe hier hinten, man. Duncan kämpft da wie ein Tier. Und ich verstecke mir in der Ecke. So mag ich das, man. Okay. Bis jetzt noch akzeptabel. Aber ich glaube, jetzt kommen dann langsam so die Gegner, die wir nicht besiegen können. Immer noch akzeptabel. Das macht mir Angst, man. So. Diese Geräusche, man. Die Kulisse hier. Eine Sache möchte ich nur noch erwähnen. Der gute Seth hat ja mal was davon gesagt, dass möglicherweise irgendwie im prismatischen Kern so... Ja, so die Stimmen der Menschen sind. Vielleicht ist ja auch das genau der Grund, wieso der gute... Der gute Victor diesen will. Weil wir eine Chance haben, mit dem prismatischen Kern doch noch die Menschen hier zurückzuholen. Eine Theorie, die sich beweitet. Da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen spielen. Oder ein bisschen fiese Hüpfpassagen hier machen. Bevor wir aber noch fiese Hüpfpassagen weiter machen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit Let's Play Rico. Haut rein und wir sehen. Ciao. Ciao.